So Leute, Tastchen und willkommen zu einem Infovideo. Wie ihr seht, ihr seht hier schon am Thumbmail, welchen Verein wir für die nächste Saison oder für die nächste Datenbank nehmen wollen, weil wir ja der Ghostwriter und viele mehr an einer neuen Datenbank arbeiten. Und deswegen habe ich hier schon, okay, es sind noch fast knapp dreieinhalb Monate, bis es anfängt, aber lieber früher als zu spät. Und jetzt seid ihr gefragt, ich habe in der Infobox also einen Link vertreten und dann müsstet ihr auf die Seite hier kommen und dann könnt ihr einfach hier draufklicken oder auf Votes und dann da draufklicken und dann auf Vote. Und dann, ja, werdet ihr sehen oder könnt ihr euch aussuchen, welchen Verein wir in den nächsten FM, in den nächsten FM Let's Play spielen. Ich kann auch mal ja nur die Vereine durchgehen. BFC Dynamo Berlin. Die Mannschaft, die ich also wirklich empfehlen würde, weil sie mir, ja, weil sie aus Berlin kommt und eine sehr sympathische Mannschaft ist und super Fans hat. AFC Burnmouth, das Wunder aus England, die, ja, wie soll man sagen, aufgestiegen sind letztes Jahr und dann jetzt schon in der Premier League sind. Aber keine Ahnung, also sie waren vor zehn Jahren, hatten sie kein Geld mehr. Eigentlich waren sie schon bei Kurt, waren eigentlich schon raus. Und dann irgendwie ein Wunder. Ja, ja, ich glaube, dann kam jemand und hat das Geld ein bisschen getrennt gepumpt. Und dann sind sie aufgestiegen, der Trainer immer wieder. Und jetzt sind sie in der Premier League sind aufgestiegen. Und wer natürlich auch immer was, ne, was Spannendes. Denn, äh, Rot-Weiß-Essen kennt man natürlich. Das sind jetzt natürlich jetzt, äh, einige Deuter. Unter Haching, die ja leider abgestiegen sind in die vierte Liga. Natürlich dann in der Bayern-Liga. VfB Oldenburg hatten wir auch schon mehrmals als Gegner mit. Kloppenburg, wir wissen, Regionalliga Nord. Würzburger Kickers, die ja wohl aufsteigen. Natürlich wissen sie jetzt noch, äh, gegen einen. Spielen, da kommen ja noch ein paar Spiele. Haben wir noch zwei Spiele, ich weiß nicht gegen wen. Da geht's halt dann noch um den Aufschied in die dritte Liga. Vattenscheid, 0-9, ne. Baumis, ähm, ja, fast Besen-Mannschaft, ne. Wo er fast den Besen essen musste. Wo er gesagt hat, wenn die noch aufsteigen, dann fresse ich einen Besen. Ist ja beinahe passiert. Äh, FC Krieg, Runa. Äh, ne spanische Mannschaft aus der zweiten Liga. FC Lugano, ähm, müsste Schweiz sein. Auch aus der zweiten Liga. Und LASK Linz. Ist ja auch Schweiz oder Österreich. Habe ich jetzt keine Ahnung. Einfach mal, ähm, nicht-deutsche Vereine nennen wir mal was anderes. Und jetzt seid ihr gefragt, ne. Infobox und dann...